so da sind wir wieder jetzt unser spiel fort so erst mal gucken ja aktuell ein slot frei fahrzeugteil erforschen immer noch ich denke mal die wir mal gleich abbrechen die mission das dauert einfach zu lange bis wir die sache erforscht haben noch ein fragen veröffentlicht geringes risiko aber die mission auch noch was haben wir denn hier ah Venus so ja die haben wir schon geschafft Mars gibt es auch so weit sind wir noch nicht Mars umlaufbahn sind wir gerade dran auf meine Fosche hier 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 das gleiche die andere nicht gebaut so drei Monate Astronaut der Spionage beschuldigt eine Geschichte in der Randpresse die eine anonyme Quelle zitiert hat einen deiner Astronauten Bellucci beschuldigt ein Spion für eine fremde Macht zu sein es ist weit hergeholt aber es kann die Agentur einen Verlust von Unterstützung kosten wenn die Geschichte wächst Vorwürfe zurückweisen Deine Agentur hat die Geschichte abgetan volles Vertrauenaussprung unsere Astronauten widmen ihr Leben der Förderung der Weltraumforschung Anschuldigungen wie diese sind unbegründeter Unsinn und sollten entsprechend behandelt werden Trotz der Erklärung haben einige prominente Nachrichtenagenturen die Geschichte aufgegriffen 200 Unterstützungen verloren Warum zeigst du mir das den anderen an? wir brauchen Forschungspunkte wir brauchen Forschungspunkte die andere noch weiter Forschungspunkte zwei Starts so Orbitalfunk Abflug und die sphärische Messung auch Abflug da regnet da regnet So, dann machen wir mal die Messung hier, 3 und 3, wir haben 4, ist klar, ähm, ja, wir müssen erstmal Radio-Kommandos holen, gut, hat geklappt, Moment mal eben, der stört uns nicht nochmal, wir versuchen mal die Probeaufnahmen, weil wenn die klappt, jetzt haben wir die 3 direkt, danach brauchen wir eine neue, Probeaufnahmen haben geklappt, ist auch geklappt, jetzt nervt er darum, erstmal Energie wieder aufladen, bis hin zu 3, umso wenig, wir brauchen noch 2, oder wir versuchen 3 zu bekommen und dann nochmal, ach ne, dann sind wir auch wieder runter, was haben die eigentlich mit dem Chat gemacht, bei Twitch? Und dann steht da neu, willkommen im Chat, aber sonst nix, gestern auch, das obwohl Chat-Nachrichten kamen, so, Mission geschafft, wir haben unsere Unterstützung fast zurück, ähm, ich wollte gerade sagen, was ist mit der jetzt hier, bereit zum Start, ey, sag mal, wollt ihr mich verraschen, geringes Risiko, und alles auf 5, Level 5, so, nächsten Monat müsste die fertig sein, wo haben wir denn, für Anfragen, Lebenserhaltungstest, ja, Leistung, kostet zwar ein bisschen mehr, und dann die Wärmeschildanalyse, ja, Marsumlaufbahn haben wir erforscht, Fahrzeuge, keine Mission ausgewählt, die Filtern empfohlene Fahrzeugteile kann verwendet werden, ja, 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 ok, hatten wir ja schon mal, Planung, Mission, bedeutet jetzt, sie müssen auch dafür haben, kann doch nicht sein, wir gucken mal, was auftragenehmer bringt, bringt, ja, 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 2800 Kilo, du passt und du passt auch gut sieben monate zeit leck mich dauer morgen 2000 passt auch auf dem bau beantragen ok Prozent ich gerade knapp über 4 4.000 ist dann wieder auf unter 3000 gesprungen warum der es 66 prozent unseren astronauten zu weisen bestätigen vier monaten ach die andere ist noch gar nicht fertig astronaut lobt es auch während er mit der presse über die zuweisung zu einer bestehenden mission sprach hat anruf blutti deine agentur für ihre unterstützung gelobt nachdem nachdem bestimmte medien in der spionage beschuldigt hatten es auch statt die ganze zeit hinter mir erklärte der astronaut sie haben mich für alle public city an gelegenheiten gestellt und mich meinem job machen lassen den besten job der welt plus 300 unterstützung also insgesamt haben 100 unterstützung dadurch verdient private forschung private auftragnehmer sind eine wertvolle ressource für jede agentur bei der konstruktion eines fahrzeuge können auftragnehmer einzigartige effekte erzählen wie die verkürzung der bauzeiten ok jetzt bin ich ja mal gespannt 22 prozent einstellen wissenschaftler test pilot problemlöser wissenschaftler plus 10 wissenschaftspelungen bei missionsabschluss das rentenhalter plus 10 belohnen für unterstützung bei missionserfolg in jede aufgabe mit plus 1 leistung keine forschung ach ich wollte hier die neue forschungs labor erweitern das war ein bisschen mehr forschung machen forschungspunkte vielleicht können wir dann ja ein bisschen aufschließen das war schon wieder regn das war ein guter regn das war richtig stark ich sage ich prozent staatsvorscheid verschieben so haben wir hier auch regen verschieben zwei monate verschoben ein sehr schön ausgezeichnete bedingung Plus 10 Prozent. Sehr, sehr gut. Dann schickt man wieder ein Astronaut. Ey, sag mal. Wollt ihr mich verarschen? Das kann zwar jetzt nicht sein. Ah, der Atlas Booster. Eventuell. Ach, der ist ja auch auf Stufe 2. Okay. Automatisch auflösen. Äh, gib die Kontrolle über die Missionsphase an ein zweites Operations-Team. Die Erfolgschancen basiert auf der Nutzlast-Zuverlässigkeit. Erfolg 68 Prozent. Herausragenden, Erfolg. Probieren wir mal aus. Bist du sicher, Lön? Ja. Na, mal gucken. Okay, da kommen sie schon wieder runter. Sehr schön. Genauso sechs Monate. So, nächstes Event. Ach, werden. Ist doof. Hätten die nächste Akette starten können lassen können. Und die Auftragnehmer haben wir gar nicht geschaut. Ja, endlich. Ja, wunderbar. characters. Szia. Wo ist das? gryx. Lösen. 时候 ist allesческим. Out silverware haben wir verpasst. was ist wir können wieder was bauen Forschungserweiterung plus 10 pro Monat plus 2 Belohnung pro Monat dann mal hier hinten minus 3 Nutzlastbaukosten minus 2 Prozent wir wollen ja die Forschung erhöhen also hier Forschung was ist das Ding plus eine Erweiterung des Forschungslabors Gebäude für Fahrzeugmontage Impfvehikel werden Fahrzeuge gebaut und getestet bevor sie in den Einsatz gehen PR-Büro um das öffentliche Bewusstsein für die Mission zu verbessern und größere Unterstützung zu bringen ist klar heute haben wir hier ein Missions-Control-Erweiterung ermöglicht erst deinen Agentur mehr gleichzeitige Einsätze zu planen schaltet einen zusätzlichen Schlott frei Hall of Fame okay Labor für neutralen Antrieb trainieren die Astronauten in einem Wasserbecken um eine antriebsneutrale Umgebung zu erzeugen die die Schwerelosigkeit ermöglicht schaltet Astronauten-Talente der Stufe 2 frei auch nicht schlecht aber ich denke mal wir gehen erstmal hier einen Moment jetzt gehen wir erstmal hier Meilenstein Mondumlaufbahn um um achten haben schon und wenn wir die 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 das ja das noch wo sind denn jetzt diese auftrag ich glaube hier von wochen noch vier von diesen fünf gibt es vier davon müssen wir und dann noch diesen na gut fertig wunderbar ach so start beziehungsweise bau der pakete da auftragnehmer jetzt da du auftragnehmer das kannst du sie bei jedem fahrzeugentwurf einsatz auf vernehmer können ein fahrzeug und seinen konstruktion kräftigen impulse verleihen doch sie haben immer auch nachteile berücksichtigen bei der wahl des auftragnehmers für die mission sowohl die positiven als auch die negativen effekte weitere aufnehmer können freigeschaltet werden wenn du dich mit anderen agenturen zusammen tust oder war eine ära abschluss belohnung ok was haben wir denn da eser messen so in-house bauen das fahrzeug wird von deiner agentur gebaut bei dieser option gibt es keine bonio über strafen bauzeit ist wohl einen monat länger moment wir müssen erstmal sagen was für eine bombe gebraucht 500 kilo 4000 ja wir müssen die damit die den mond erreichen kann 1200 reicht und jetzt können wir sagen wenn die bauen soll hier steigt aber die stadt zuverlässigkeit zehn prozent die zeit die es dauern wird um dieses fahrzeug zu bauen dies wird bestimmt durch die kombinierte bauzeit aller fahrzeugteilen ok also wir würden sechs monate brauchen denke ich mal und die brauchen acht monate grüner mond champions der staat erfolgen die auftragsentwicklung von messier aerospace ist teuer hat aber die zufälligkeit der fahrzeuge deutlich erhöht grüner mond grüner mond sind in der öffentlichkeit wegen ihres angewendet für nachhaltige bauweisen sehr beliebt letztes kann jedoch zu einer weniger stabilen nutzlast verkleidung führen roter riese roter riese staatssystems ist ein auftragnehmer der für die schnelle konstruktion von bauteilen bekannt ist dieser schnelle umschwung hat jedoch einen hohen preis man sieht es sind zwei monate verfügbar auf grund diplomatischer bezug mit nasa aber alles klar sonst hätten wir den gar nicht genau wie x star obwohl die x star avionix ein äußerst wirtschaftlicher vertragspartner ist ist der relativ unbekannt wird zu einer geringeren öffentlichen unterstützung der mission führen 30 prozent weniger unterstützung aber er ist auch billiger jetzt ist natürlich die frage wenn man mit dem zusammenarbeitet noch öfter zusammenarbeitet ob dann die unterstützung steigt wird 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 ach so du bist noch gar nicht soweit zum 12 blöd dass man viel braucht das könnte man direkt sagen hier 800 kilo 55 prozent 3.800 kilo drei monate 1080 so wir sind auf jeden fall gestiegen aber noch nicht im rang die erweiterung der bestehenden forschungseinrichtungen deiner agentur bedeutet eine schnellere entwicklung neuer technologie plus 50 wissenschaft pro monat nutzlast fertige stellen auftragnehmer effekt um 50 prozent gefallen was unsere jungen sind davon überzeugt dass vereinfachte anforderungen an die startkonferenz die stärken und schwächen eines jeden fahrzeugen vorhanden bildern auf der knemer effekt um 50 prozent gefallen das ist schön 72 Prozent. die hat 75 prozent mehr die kann aber nicht genug tragen okay die könnte zusätzliche booster hier nicht zwei millionen kostet jetzt Minus 10, Minus 15. So. Was ist das denn hier? Die an einer Träger-Rakete angebracht werden können. Roschung hervorragend. 1, 2, 3, okay. Die auch noch? Weil da ist ja irgendein Shuttle abgebildet. Werden wir wohl dann für das Shuttle uns verbrauchen. Hat ich schon gerade schon lange gemacht. Fahrzeug? Achso. Einen Teil benötigt? Ja, ist klar. So. Jetzt auf einmal nicht mehr. Forschung der Vorleuchtung für Fahrzeuge. Nur er. Alles klar. Sind wir ja bei. So. Ich komme jetzt. Forschung. Ja. So. 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 Teil. So. So. fahrzeit. damit wir hier freischalten da können wir nicht die Apollo und so endlich freischalten Raumstation, Marslander, Voyager, alles klar 86% Zuliefer schien im hohen des interrupteren sechs monaten starten 89 prozent 75 prozent sieht doch alles ganz gut aus leck mich nix monat da kann ja fast gar nichts mehr schief gehen 4 von 7 3 2 1 3 und jawohl 93 prozent perfekte flugbar plus 1 in der ersten mission aufgabe so in jupiter oberschufe haben wir jetzt auch auf 4 schon mal geholt herausforderung minus 10 zwei ähnliche missionen durchgeführt plus 10 perfekte umlaufplan plus 10 ich glaube das sollte gut gehen neue unterstützung dann stimmen wir jetzt eigentlich und umlaufbahn haben wir das dritte abgeschlossen dann manche monat und achten müssen wir noch erforschen so sieht halt hier aus da sind wir glaube ich dran jetzt werden wir sind doch doch genau so das heißt wir können noch keine da machen jetzt haben wir hier menschen im weltall wir haben die schon du hast diese auf platz 4 alles klar anfragen unsere mission ja sieht doch ganz gut aus für die welt plus 50 prozent repartation noch einen erfolgreichen abschluss Ja, deine Reposition bei einer Agentur bestimmt eure gemeinschaftliche Beziehung. Wunderbar, Missionplan. Plus 25% Wissenschaftsbelohnung für Missionserfolg. Erwartete Zuverlässigkeit, 40% nur. Mhm, mhm, mhm. Na, sie hat die erste von Venus-Umlaufbahn beendet. Okay, Japan hat als zweites die Mars-Umlaufbahn beendet. Da sind wir gerade dran. Was? 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 Was geht denn hier ab? Freilin, September, denn hier ist direkt Januar. Alles mit den restlichen Monaten. Februar, ungültiger Start. Oh, die Chinesen aber. Wir probieren es im Januar, um vor den Chinesen noch zu kommen. China hat mehrfach beendet als weiter. China hat die Venus-Infrakte als erster beendet. Zwei Monate länger mehr Bauzeit. Aber fast hundertprozentige Start. Schmerz-Infrakte als er hat er in der ca. »Zuverlässigkeit«. ist ein monat genauso glatt sieben monate mission kommerzielle satelliten bemannte mondlandung die fernen seiten des mondes in verschiedenen ländern seine reihe von ausstellungen entstanden die bilder aus seiner jüngsten mission zur fotografie der fernen hemisphäre des mondes zeigen der erste blick der menschen auf die andere seite der mond oberfläche und eine unterstützung sehr schön das ist langsam endlich springen aber geil wir wollen ja vorliegen da ankommen dass wir wenigstens noch auf platz 4 kommen zwei zusatz booster ich glaube es langsam nicht mehr ich glaube es langsam nicht mehr okay kann vielleicht an den level muss schub missionsresource jetzt gibt es eine neue diese aufgabe hinhaltet schubkraft eine spezielle ressource die oft benötigt wird wenn die nutzlast eine änderung der umlaufbahn oder eine kurskorrektur vornimmt schubkraft kann wie andere ressourcen über befehle erzeugt werden wird aber oft zu beginn der nächsten runde abnehmen klare voraus damit du genug erzeugen kannst um die aufgabe zu wenden strom haben wir okay wir brauchen vier schub am ende das heißt wir müssen erstmal input bekommen so gerade 90 prozent das wäre es natürlich bringt einen und vier schub eigentlich brauchen wir müssen wir zweimal machen schade vier prozent zu wenig ok hat auch geklappt das heißt wir haben wir auf jeden fall genug das heißt wir haben wir auf jeden fall genug das heißt wir haben wir auf jeden fall genug ja super so wir haben keinen strom gleich mehr die vorletzte runde uns fehlt noch 1 1 füllen wir erstmal strom auf so so das 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 hat geklappt das das nicht mal ihr seid die erste im tag bei händels halt eine richtung 3 was diesen gestarten wirst sie vorsieht die leute das interrupter ach nächste phase in drei monaten alles klar da ist unsere da kommt unsere nächste missionsphase wie das interrupter ist bereit für die nächsten missionsphase jetzt im aktiven und fortsetzen um diese aufgabe zu erfüllen musst du die temperatur der nutzlast sorgfältig unter kontroll halten dies wird durch die wärmeressorte dargestellt ziel ist es wärme davon abzuhalten die kritische stufe zu erreichen wenn hitze am ende der runde auf oder über diesen kritischen die verliegt nachdem alle befehle abgearbeitet wurden wird die mission sofort beendet wärme kann durch auswahl von befehlen die sie als input verwenden reduziert werden ok plus zwei dann wären wir bei vier warum denn überhaupt alles 3,5 und 4 dann würde ich mal sagen ach so wir haben noch keine ja wir müssen erst mal das machen dann können wir hoffentlich das machen 8 und 9 und 90 prozent plus einen daten hinzubekommen es müsste dann direkt drei sein ach so plus einen daten daten hatten vor gar kein die opfern einmal strom das ist ein das ist ein das ist ein das ist ein mehr kann man im moment nicht machen Ich sag mal, das kann es doch nicht sein hier. Woa. Ah, ha, ha. Ah, ha, ha. Ah, ha, ha. Ich sag mal, kein Strom mehr. Hey, sag mal. Da geht ja gar nichts. Oh, oh, oh. Ja, letzte Runde. Oh, 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 oh. Schaff, geschafft. Gebrochen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, gut gerannt. Kein Schein reicht. Allerdings als Fünfter. Erkunde den inneren Planeten. So. Jetzt müsste man hier auch angehen haben. Venus Umlauf. Ich weiß ja nicht, wie die das machen. Wie kann ich die jetzt eigentlich? Kein Wasser auf der Venus. Die Messungen deiner jüngsten Eintrittssonne haben ergeben, dass der Planet trotz der dichten Wolken auf der Venus vor langer Zeit sein Wasser verloren hat. Die Wolken bestehen stattdessen hauptsächlich aus Schwefelsäure-Tropfchen. Plus 300 Wissenschaft. Sehr gut. Also 300 Kriegen war. Wissenschaft wird für derzeitige Einnahmen verbündete 8%. Und die NASA. 581 Gebäude-Missionen. 300 müssten wir haben. Das wären ja 881. Dann müssten wir über 3200 kommen. Jawohl. Beginde. Kommunikation. Er ist auch billiger. Beginde. 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 76 Punkte fehlten für die Forschung. Sonst wär die fertig gewesen. 3880. 4.000 innerer planet 45.000 kilo ja die sind noch nicht ziemlich gut erforscht die level 0 ist die startzuverlässigkeit ziemlich gering was ist das denn jetzt forschung erforderlich wir bauen die selbst neun monate ein riesen schritt für die menschheit der erste astronaut der ein fuß auf einen anderen planeten setzt stellt einen monumentalen triumph des menschlichen einfluss reichtums und wagemuts dar die in die ds erreichen werden in die geschichte eingehen lebenserhaltungstest gemeinsame missionen mit den japanern einen gemessenen benötigen keine verbesserung ein 4 3 2 1 4 4 5 5 6 6 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 5 4 9 10 13 14 eigentlich 21 prozent dass wir bei 79 prozent 71 prozent erfolgt sich die phase ab da kommt er wieder da kommt er wieder so 23 punkte dazu bekommen für die nächsten vier monate kommen 334 dazu und 360 zu spruch sehr schön forschung erforschen die kommentierten satelliten dann können wir satelliten ins all schießen und kriegen geld dafür im moment ist das ja nicht so aber auch abgeschossen die namen auch nicht mannt im hundland ein großes raumfahrzeug ist eine lage ist mehrere besatzen zu beförderung verschiedene aktivitäten im raum zu unterstützen ich glaube die brauchen wir noch bevor wir weitermachen können das dauert noch ziemlich dann gehen wir erstmal hier kontrollsysteme kontrollsysteme höchste leistung design fehler entdeckt deine ingenieure haben ein konstruktionsfehler in victory der trägerrakete einer bevorstehenden mehrfach bemannte orbit mission entdeckt sie schätzen eine 10 prozent die reduktion von ihrer derzeitigen staatsverlässigkeit um 71 prozent jetzt von 81 auf 71 zurück oder jetzt von 71 auf 61 ich glaube von 71 auf 61 stand aber wir korrigieren aber das problem korrigiert und eine reduzierung der richtungszuverlässigkeit verhindert sehr gut probleme mit der nutzlast komponente der jahre ein herrschungsfehler in einer schluss komponente mercury nutzlast für deine bevorstehende kontrollsystem prüf mission entdeckt sie schätzen ein 10 prozentige reduktion der nutzlast zuverlässigkeit welche derzeit bei 65 prozent das sei denn du stellst finanzielle mittel da so kann man auch dafür sorgen dass man kein geld mehr hat ist billiger noch 378.000 wir fast 100.000 was erwartete zuverlässigkeit kann ich da vielleicht noch mal zurück nee da wollte ich nicht jön aha Bauzeit ist länger, aber dafür die Startverlässigkeit höher. Dann bauen wir es doch selber. Jawoll! 250.000 jetzt pro Monat. Und nächsten Monat? Hehe, noch nicht. Noch nicht. Unsere Bonis sind aufgebraucht scheinbar. Kommerzielle Satellitforschung komplett. Die Befolgung als Kommunikations-Satelliten ist in eine präzise Erdumlaufbahn. Wird ein Beispiel für die Kompetenz unserer Agentur sein. Dies wird die Tür zu künftigen kommerziellen Möglichkeiten öffnen. Uns eine Schlüsselrolle bei der auf der Erde auf keinen Kommunikations- und Navigationstechnologie zukommen lassen. Naja. Missionen. Apollo. So. Muss dreimal? Das muss ich da jetzt dreimal reinsetzen? Ich glaube nicht. Wir erhöhen mal unseren Gesamtbonus. Ahja. An Forschungsdaten. Dauert zwar was länger jetzt, aber so langsam geht uns das Geld aus, sehe ich gerade. Sollte mal wieder was reinkommen. Testpilot. Langlebigkeit. Beruhmtheit. 10% Belohnung für Unterstützung. Hm. Oh, nicht schlecht. Navigator. Beginne jede Aufgabe mit einer Navigation. Langlebigkeit, Langlebigkeit. Joa, jetzt bin ich am zwischen Ackermann und Rossi am wählen. Er ist aber auch teuer, der Ackermann. So, lassen wir dich ruhig mal ein bisschen länger. Dass er aber jetzt mehr an Forschungspunkte reinkommt. Das ist ein Prozent? Hm. Hm, 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 hm. Mmmh, hm, hm. Woh, hm, 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 hm. Woh, hm. ja genau doch hat so gut ist zerstören allastronaten wurden verloren kill den action ach so eine neue mission einstellten mit denen 8 geos müssen wir noch erforschen ist klar immer daran wie sieht das hiermit aus kümmert sich jetzt mittlerweile ein örtlicher stromausfall während der konstruktion der gimme die nutzlast für deine bevorstehenden mission hat zu einem geringfügigen schaden an einer ihrer komponenten geführt dann haben eine 5 prozent der nutzlast zuverlässigkeit gestellt mehrfach bemannten ob es schaffen ich wollte gerade sagen wieso geht ihr runter wenn da 0 prozent steht jetzt bin ich mal gespannt das mit kaum getesteten stufen also der booster einmal getestet die oberstufe noch gar nicht sehr schön mehrfach bemannte besatzung ja alles klar was brauchen wir denn da ist 1 also 669 8 strom haben wir jetzt strom plus besatzung machen wir mal das manuelle datenerfassung geht gerade gar nicht wenn wir noch das das ach 4 4 können wir jetzt dann probieren wir das und fünf runden jetzt 100 prozent und der prächtig wunderbar und auch ja wohl muss eins naja hätte besser gehen können aber bin ich nicht schief gedacht das 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 so was immer denn hier sind wir schon fast dabei hier sind wir dabei hier sind wir die hälfte gut so könnten wir eigentlich jetzt mal das probieren hier dann das 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 alles klappt aber hier fast dabei hier drüber und hier auch fast auch drüber aber hier an dem bonus ziel schon fast das das und dann ganz gut jawohl alle vier geklappt wie gesagt hier oben noch einen von der kommunikation dann haben wir zum ziel erreicht dann lass mal gucken dich schaffen sind wir da über dem bonusziel noch mal moment aber gängig mit dem damit wären wir hier auch gleich dann das ist das damit wären wir bei drober dann könnte man nämlich hier auf die kommunikation mitgehen dann machen wir noch mal energie aufladen nein ja klar doch jetzt kein strom mehr oder was aber kein menschen mehr warum nicht habe ich mich verguckt noch einmal einmal gebrauchen 2 3 weil das sind wir bei sechs zwei runden noch die letzte weg damit werden wir hier drüber dann könnten wir in der letzten runde versuchen mit der flugbahnkontrolle die zwei hier wieder drüber zu holen aber haben wir noch einen platz frei damit wären wir dann gut drüber hier ein runter das hat schon mal geklappt der versuch auch jawohl der auch das war ja klar wir stellen wir her damit fehlt uns jetzt noch ein der das ist ganz schön und dann bankkontrolle Nummer 20, weiter 13, achso, das kann man eigentlich so machen. Der hat gesessen. Sehr schön. Jawohl, Errechnen und Umlaufbahn, kontrollierte Wiedereinreise durchführen, ist die nächste Aufgabe. Wärme 1 bis 3, du weißt also nicht mehr wie viel. Was wollen wir denn, 10, 10? Nothin gar geil. Ähm. Da haben wir 8 von. Dann erstmal das. Wo kriegen wir denn die Daten her? Ach hier unten. Nein. Nein. Ich kann mal 5 von 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 6 von 5 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 von 6 von 6 von 6. Und dann können wir es nicht mehr gut ist. ich wusste ich wusste ich wusste es machen wieder herstellen die aufgabe endet wenn vier aufstecken wird ok ich mache fünf jetzt sind vier und bei fünf habe ich schon versagt ach hier kriegen wir die auch so dann das das und was sind wir denn da zehn und neun ok dann könnten wir hier und hier zwei prozent diesmal hat der pinkstandrohr geklappt einfach ziemlich überflug so derzeit haben wir das missionsziel zumindest erfüllt erfüllt 1 sehr schön dann werden wir so eine energie aufladen so kritische wärme das erreichen der kritischen stufe für wärme am ende der runde beendet zwar die aufgabe führt aber nur dann zum missionerfolg wenn du das aufgabenziel zu diesem zeitpunkt nicht erreicht hast sehr gut um belohnung uns gelungen zu halten musst du weiterhin verwalten werden alles klar wenn du glaubst dass du das bonusziel nicht erreichen kannst oder wenn du die aufgabe vorzeit werden müssen kannst du dies jederzeit hier tun alles klar gut zu wissen wir haben noch drei runden wir haben jeweils die hälfte schon ähm genau das das so dann brauchen wir jetzt 15 15 17 wenn alles gut geht ihr seht sind wir gut Augenblick auf das bonusziel zu erreichen noch um es die eigentlich hier. Das ist doch nicht so spannend. Alle vier Tests geschafft. Das ist schon mal sehr. Letzte Runde. Ja, ja. Beim Aufladen. So, wir bräuchten die vier. Und dann noch einen. Juhu. Dich. Damit fallen wir hier wieder runter. Es muss aber alles klappen, um das Bonus-Ziel zu erreichen. Das war's schon. Ja, weil wir keinen Strom haben, können wir die nicht machen. Schade, schade. Juhu. Meilenstein reicht, aber als Fünfter. So, Ginny kommt dann. Die haben vorgeschlagen bei der Nutzlast dieser Mission Prototyp Technologie einzusetzen. Dies wird das Risiko von Fehlern während der Mission erhöhen, aber auch die wissenschaftliche Erzwege erheblich steigern. So, jetzt ist die Frage, muss ich da wirklich hier Prototyp machen? Hier erinnert sich nichts. Allerdings ist es um einiges billiger, nämlich genau wie gesagt 50%. Aber auch die Zuverlässigkeit. Na ja, schauen wir mal. Das Ganze ist ja eh blind und ein Test. So kenne ich eigentlich. Die sind natürlich erforscht, oder? Ja. So. 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 4500 kilo alles klar das sind nur 530.000 das moment mal 1,5 millionen der kostet nur drei okay den kann ich schon nicht langfristiger flug belohnung 4,5 millionen dieses mission gewährt ein fahrzeug ab mit als zusätzliche belohnung bei erfolg upgrades sind optionale komponenten die sobald sie freigeschaltet sind deinen fahrzeugen während der entwicklungsphase hinzugefügt werden können jedes upgrade hat einen einzigen effekt der einen erheblichen einfluss auf dein fahrzeug und die mission selbst haben kann du solltest anfangen mission die upgrades gewährt und die freischalten möchtest priorität einrollen was ist das denn hier verbessertes leitsystem verbesserte leitsystem verbessert die position zur verfolgung und fehlergruppe zu erhöht damit die chance auf einen fehlerfreien start die koste gar nichts was warum haben wir noch kein booster dafür haben stimmt Das war das hier blieb, aber. Ja, hier. Jetzt geht nämlich jungs, wie hat Geld aus? Wollt ihr mich denn echt verarschen? Neuanfangmission verfügbar auf der Venus. Keine Forschung mehr. Apollo-Forschung ist da. Sehr gut. Jupiter-Vorbeiflug, Saturn-Vorbeiflug, Mars-Lander und Raumstation. Ein Orbitalraumschlussung ist auf unserer Agentur eine Permanente Basis an einer Nierenmachtluft. Und damit wären wir dann in der Ära 3. Weltraumschlussung. Es regnet zumindest nicht. So, Jupiter ist jetzt auch auf Level 5. Mission war ein Erfolg. 605 pro Monat. Sehr schön. Langfristiger Flug. Unsere Ingenieur ist es gelungen, die Lagerregelungssysteme des Fahrzeugs zu optimieren, was die Startstabilität verbessern muss. Sehr schön. 5% dazu. Verkündung, ne? Keine Forschung? Basis. Startzuverlässigkeit. Basis. Basis. Ah, guck mal. Hier geht es gar nicht mehr höher. Maximal 15%. Was bin ich dann ja rum? 75 grad. Eine richtig gute Wirklichkeit ist jetzt. Ist das alles sehr gut? Na, wir müssen uns dann ja gut laufen. Komm her. Komm her. Oh, sie wird das gar nicht gut. Komm her. So. Komm her. Komm her. Wieso stand eigentlich gerade nur 174 plus beim Knete? Wir kriegen noch 200.000 pro Monat. Die Raketen sind ja nicht Elon Musk, vor allem X-Space oder X-Com, ne X-Space ne. Ach, Space X, sowas. 68% Bonus. Das ist schade, dass man hier jetzt nicht sieht, ob der den Bonus geschafft hat oder nicht. So, auf jeden Fall 4,5 Millionen. Oh, guck mal. Da haben wir fast 7 Millionen dann auf dem Konto. Ach so, Moment, die Astronauten und Gebäude, wenn das abgezogen ist, dadurch haben wir nur noch 174.000 plus pro Monat nachher. Und wir haben das verbesserte Leitsystem. Juhu. Zuuu. Uuuuum. so kann ich das nicht ach so weil ich immer noch geos nicht hervorstand tale e-fahrt waren wir da nicht an machte mal eben abbrechen den kumse hat müssen Lange Flüge bringen wertvolle Ergebnisse. Wissenschaftler der Agentur haben berichtet, dass deine langfristige Flugmissionen wichtige Daten über die Auswirkungen einer längeren Exposition gegenüber der Mikrogravatisation und Sonneneinstrahlung geliefert hat, die es der Agentur ermöglichen werden, diese Gefahren bei künftigen Missionen besser abzuschwächen. Deine Astronauten, die bei ihrer Rückkehr zur Erde bei guter Gesundheit waren, haben ebenfalls zahlreiche Verbesserungsvorschläge gemacht. In einem Missionsbericht unterstrich Besatzungsmittel in Alvin Jones mehrfachmals folgendes. Mein Rat an zukünftige Astronauten, bringen Sie ein Buch mit. Bringen Sie ein Buch mit. Plus 300 Wissenschaftler. Sehr schön. Jetzt, da du einen Fahrzeugabrett freigestellt hast, kannst du es jedem Fahrzeugentwurf hinzufügen, solange dein Fahrzeug es sagen kann. Jedes Upgrade hat neben seinem einzigen Arten erweckt eine Punkteanforderung im Kost. Die Anzahl der Upgrade-Punkte deines Fahrzeugs wird durch seinen Booster und Oberschufe bestimmt. Die Art jeweils eine bestimmte Anzahl von Upgrade-Punkten gewährt. Weitere Fortschriftfahrzeuge. Um weiter Upgrade-Upgrade-Punkte. Um weiter Upgrade-Punkte. Ja, das ist nur Upgrade. Upgrade-Punkte. So. So. Zwei Upgrade-Punkte. So geht das. Speicher. Oh. Apollo fertiggestellt. Okay. Wir haben zwei Missionen am Laufen. Apollo. So. 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 Du wirst... Ah doch, du kriegst das Geld zurück, okay. Moment, Mondlandung. Die können wir... Aber die... Moment. So ein bemanntem Mondlandung. Da, Orbital-Eva, hier sind wir ja auch schon dran. Wen genutzt das? 1,2 Millionen kostet die? Ah, Moment, genau, jetzt weiß ich wieder was da war. Oh, die Chinesen. Oh, die sind aber total schlecht auf uns zu sprechen. Experimenteller Kraftstoff. Daniel, wir möchten für die Trägeräten dieser Mission einen umgetesteten Treibstoff verwenden. Dies wird die Wahrscheinlichkeit von Startfehlern erhöhen, aber es wird viel mehr Wissenschaften liefern, sollte das Fahrzeug erfolgreich starten. Die Mission wird in Partnerschaft mit China durchgeführt, die 48% zu allen Missionskosten beisteuert. Was? Mit China verbessert du deine Portation? Ja, Plus, Minus, Null. Haben wir ja super hinbekommen. Was? Was? Wollt ihr mich? Wollt ihr mich denn? Wieso ist die Stadt zuverlässig? Achso, ja, wegen dem neuen Brennstoff. Stimmt. Ne, dann nehmen wir die... Ja, das ist höchstwahrscheinlich eine Katastrophe. Wir machen was so billig, wie es geht. 209, 205, 209. Und finde ich die Masse sonst noch was billiger. Moment, Moment. Moment. Mondlandung. Achso. Mmm. Oh, Moment, Moment. Da war was. China wird fehlgeschlagen mit venusumflug oder so. Unten wir das? Ich habe das gemacht. 100 prozent aber wir gehen ja davon aus dass ein fehlstart wird das heißt ich gerne beide drauf gehen wir gehen ja davon aus dass das ein fehlschlag wird 50 prozent das lohnt sich ja mal warum station forschung komplett er hat drei erreichten mars und darüber hinaus menschen kreisen die erde 1 falls zwei stunden körperkeit haben die herausforderung der frühen raumfahrt überwunden man wendet sich was man wendet sich vorstellungen zu die lange zeit für unmöglichkeiten wurden könnte es sogar möglich sein menschen auf den roten planeten zu schicken die äußeren planeten freigeschalten der wettlauf zum mars beginnt die landung von menschen auf dem mars ist der ultimative meilenstein für unsere angstür und sie zuerst zu erreichen muss unser vorrangiges ziel vorrangiges langfristiges ziel sein es wird unsere größte technologische herausforderungen seien dorthin zu gelangen und wir müssen in den kommenden jahrzehnten reichlich missionserfahrung sammeln bevor wir dafür bereit sind aber mit deiner führung können wir die menschheit zu einer multiplaner multiplanetaren spezies machen der wettlauf zum mars bildschirm ist nun frei der bildschirm wettlauf zum mars ist jetzt freigeschaltet und hier kann er aufgerufen werden auf dem bildschirm diplomatie kannst du deine beziehung zu jeder der anderen raumfahrtbehörden sehen abhängig von deinem reparation ruf bei einer behörde kann eure beziehung von verbündet bis antagonistisch reichen kann durch gemeinsame missionen bestimmte ereignisse verdient und verloren werden ja bis mal jede art von beziehung mit ausnahme von neutral gewährt eine agentur boni freundliche verbündete beziehungen erhöhen das wissenschaftseinkommen und erhöhen die beiträge der anderen agenturen zur gemeinsamen mission ok konkurrierende und antagonistische beziehungen fördern finanzielle einnahmen und reizieren die beiträge der anderen agenturen zum meinungsamt das ist ja eigentlich neutral der bereich hier das geht ja noch mit den chinesen sind wir jetzt gerade dran verbündete agenturen verbündete agenturen bringen einen größeren boost für die wissenschaft verbündete agenturen werden auch bei mehr zu gemeinsamen missionen beitragen deine agentur boni plus 50 belohnung für gemeinsame missionen wissenschaftsbohnungen wissenschaftseinkommensbohnung aus freundlichen und alliierten diplomatischen beziehungen um 50% wird also das ist was wir am anfang ausgesucht haben dadurch dass wir gesagt haben wir spielen die esa die mächtige weiter diese sicher zu die wir die 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 Ich verstehe ja nicht, warum der nicht mehr gescheit mitläuft. Irgendwas haben die verändert. So, erreiche den Rangverbündeten-Status bei einer Agentur, um Zugang zu ihren Auftragnehmern zu erhalten. Das haben wir bisher nur bei den Amis geschafft. Die Japaner sind kurz davor. Okay. Ach, hier kannst du auch. Derzeit forschen. Derzeit forschen. Die haben keine Forschung am Laufen. Letzter Meilenstein, Merkurumlaufbahn. Bevorstehender Staat, bemannte Mondlandung. Dezember 73. Okay. Kommerzieller Satellit. Letzter Meilenstein. Tiere im Weltall. Junge, Junge, Junge. Die Agentur ist neutral. Gegenüber Japan. Okay. Mars-Bereitschaft. Auf dem Bildschirm Wettlauf zum Mars kannst du deine Fortschritte auf dem Weg zum Start einer bemannten Mars-Mission verfolgen, den ultimativen Meilenstein für deine Raumfahrtbehörde. Mars-Bereitschaft gibt an, wie gut deine Agentur insgesamt auf die letzte Mission vorbereitet ist. Die Erhöhung deiner ist entscheidend, um eine Chance auf Erfolg bei der Mission zu haben. Du kannst deine Chance verbessern, indem du Erfahrung, Expertise und Vorbereitung gewinnst. Mars-Erfahrung kann durch den erfolgreichen Abschluss von Missionen erworben werden. Eine Erhöhung wird die Aufgabenanforderungen in der bemannten Mars-Landung-Mission reduzieren. Verdiene Mars-Expertisen, indem du Forschung abschließt, die Erhöhung der Leistung deiner Nutzlast in der Mission verbessern. Mars-Vorbereitung kann durch die Durchführung von bis zu vier einzigern Vorbereitungsmissionen zum Mars erreicht werden. Die Erhöhung verbessert die in der Mars verwendeten Nutzlastenmodule. Die Freischaltung der Mission selbst wird spezifische Forschung und den Abschluss von zwei erforderlichen Meilenstein-Missionen erfordern. Okay. Revalierender Fortschritt. Hier kannst du die Fortschrifte der anderen Agenturen verfolgen. Wenn deine Agentur die ersten Menschen auf dem Mars landen will, ist es von entscheidender Bedeutung der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein. Okay. Die Chinesen sind am weit... Ne. Die Russen sind am weitesten mit vier Prozent. Danach Japan. Okay. Langer Weg zum roten Planeten. Die Reise zum Mars wird ein Marathon sein. Kein Sprint. Das weitere Wachstum deiner Agenturen und die Erführung einer Vielzahl-Promissionen ist der Schlüssel zur Erhöhung deiner Mars-Bereitschaft und dazu, eines Tages einen Fuß auf dem Mars zu setzen. Chancen auf Erfolg, der müsste... Abgrundtief. Alles klar. Was ist denn hier noch ein Gebäude? Labor für neutralen Antrieb. Ich möchte ein bisschen die Forschung erholen. Wie? Was? Ja. Maßbereitschaft. Null Prozent. Verbessertes Leitsystem eingebaut. Jawoll. Gute Bedingung. Zwei. 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 Ein. Zwei. Zwei. Also die haben uns nicht so sehr abgehangen, die anderen, dass wir in unserem ersten Testspiel nicht zumindest diese Ära erreicht haben. Sturm haben wir sieben, alles klar. Das ist jetzt die Frage, wenn das klappt hätten wir natürlich einen, aber das wissen wir nicht. Ist jetzt natürlich die Frage, ob sich das Flugleitsystem darauf auswirkt. Fällt mir gerade mal so ein. Und, jawoll, jawoll! Ich wusste, warum wundert es mich jetzt nicht, dass ein paar dieser Testspiel schlägt. So, wir haben noch drei Strom, okay. Ähm, das wären, wir könnten auch zusammen. So, wir haben noch ein paar Minuten. Einmal das. noch einmal das und noch einmal ich glaube ihr wisst schon wo ich draufknausen will auf die bonusbelohnung aufladen zwei runden noch das lucht schwer war eigentlich hier das Yes! Oi! Oi! Unda da! So, letzte Runde. Wir brauchen erstmal Strom. Dann... ...ja, die Fs. Aber dann kommen wir nicht auf die 10. Und den machen und dann gehen wir auf 5 runter und auf 5 kommen, da können wir nichts machen. Das heißt... Hier kommen wir auf die 10. So, jetzt brauchen wir irgendwas. Hehe, ja genau, das geht auch nicht. Moment, wenn das kann... Leber hat ihn hier genommen. Wir haben eine Datenerfassung. Wir brauchen eine Datenerfassung. Wir kommen, wir schaffen die Bonusbelohnung nicht. Okay. Moment. Moment, sind wir auf 10? Da haben wir doch 18. Jetzt muss aber alles klappen. Wenn bitte. . Oh, nein. Ich habe es nicht mehr? Was hat sich verlebt? Oh, nein! Aber ich mache es nicht mehr. Oh, nein! Oh, nein! Das ist vermutlich... Nein, nein, nein! Mein Glück, dass wir noch einen Strom haben. Können wir wieder stehen. Und dadurch haben wir es doch noch geschafft. Kontrollierte Mission. Durchführung von EVA Außenbord Mission. Ohoho! Was haben wir denn da jetzt für einen Teil? Drift. Durchführung von EVA Außenbord Mission. Alles klar. Diese Missionsaufgabe beinhaltet ein komplexes Nutzlastmanöver. Der Erfolg wird eine genaue Kontrolle über die Drift der Nutzlast erfordern. Um die Aufgabe abzuschließen, musst du das Ziel der Aufgabe füllen und Drift innerhalb des angegebenen Bereiches halten. Drift kannst du sowohl als Input als auch Output von Befehlen sein. Du musst die Befehle sorgfältig ausbalancieren, um innerhalb des... ...und dann zu füllen. Puh, okay. Dann 7 Strom machen wir gut. 6,6 brauchen wir. Einmal. Janne Krang. 8,9,6-7,5! 5,7,7,7,1,9,6-7,0! Moment, das Input, das wird dann an hier gehen, das Output geht nach der OK. Ich verstehe. Ah, dann kann ich ja gar nicht machen. Ja, super. Kannst du denn gar nichts machen? Ach ja, genau Leute, wollt ihr mich jetzt verarschen? Jawohl, der wenigstens auf über 90. Wenn du erforderliche Driftbereiche überschritten wird, wird die Aufgabe nicht bevorzugt wendet, aber du musst dich innerhalb der Reichweite befinden, damit die Aufgabe erforderlich abgeschlossen wird. Auch wenn du alle Ziele erreicht. Ich habe doch noch nicht alle Ziele erreicht. Ich habe noch nicht alles geöffnet. Ich habe noch nicht alles geöffnet. Deswegen kann es neige. holes schritten wird gesprungen. Ich werde думаю, muss ich abgzem, pero die Aufgabe ziemlich guter. Passt das Retexte пaut, das monuments schweren wir crafting, kris screaming? Wichtig ist ein hus, das Dupe ist. W管 oder w�� ein und das eine Nachmodго? Da wurden Sie wieder schritten die Psychology grund, nach? Diese Sachen schritten aus. Was ist das? 2 Runden noch. Was wollen wir denn noch? 1 und 2. Das wären 4. Bei 15 könnten wir hier probieren. Ich muss jetzt eigentlich abgeschlossen sein. Nächste Aufgabe. Wollen wir nur bis 3 unter 3 bleiben? Wir sind jetzt bei einem. So. 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 Was ist das? Knapp zwei, ne? So, das. So, bei zehn. Oh. Ach, da haben wir rein. Okay, Energie auf. Ah, ne. Okay. 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 So, wo sind wir jetzt? Jetzt bei der Hütze. So, wir könnten sagen, beenden. Wir könnten versuchen, Strom aufladen. Das. Und danach könnte man hier nichts mehr außer Strom aufladen. So, wir könnten das. Ich habe kein Glück, dass wir noch einen Strom haben. Nein, nein, zu wenig. Einen zu wenig dadurch. Orbital HEPA erreicht. Zwei als Fünfter nur, aber wir haben es geschafft. Gesamt ein Prozent und Erfahrung zwei Prozent. Sehr schön. Weltraumspaziergang. Und die haben ja beide überlebt. Weltraumspaziergang. Ähm, ja. Das ist doch schön. Ähm, Geld haben wir auch. Da waren wir dritter. Sehr schön. Bei manchen Mondlandungen müssen wir immer noch forschen. Außenbordfotografie. Fotos, die dein Astronaut Arnold Bruglechi während einer kürzlichen Eva gemacht hat, waren auf dem Titel seit mehrerer Zeitungen zu sehen. Die Weltraumspaziergänge schienen die Fantasie der Öffentlichkeit gefesselt zu haben. Plus 300 Unterstützung. Sehr gut. Diplomatische Mission. Ach so, das ist jetzt der experimentelle Kraftstoff. Das hat geklappt. Wunderbar. Schraube lockern. Barser Prosper 1 Menschen im Orbit. Und 334 für die nächsten vier Monate dazu. 1200 sehr schön das heißt damit sind wir dann schon mal bei der hälfte ach so gar keine zweite mission 90 prozent baukosten für fahrzeugteilen der stufe 0 Anfragen und Strahlung. Achso, das ist unsere aktuelle Mission. Da können wir noch nichts machen. Anfragen? Keine, weil wir die noch nicht haben. Bewertung des Manövierens. 1,8 Millionen dazu. Erhöhte Besatzungskapazität. Also zweimal müssen wir so oder so rein. Habt ihr das gesehen? Ganz knapp. Oh, schwarz. 300.000 pro Monat. Sehr schön. Ganz knapp drunter. Wir haben zwei Missionen am Laufen, gell? Ja. Deadline für Meilenstein-Herausforderung. Ja. Ja, ganz knapp. Ja, ganz knapp. Ich hab die. so drei prozent belohnung für missionen so schon festlegen stadt voranker rumpfverzeuge müssen wir hier lang weitergehen langsam bäude für fahrzeuge montagen das ist 800 kg 16.000 24.000 sechs was explizit ist das 1 prozent 1 prozent 1 prozent zu 1000 9000 30.000 startrampen groß erforderlich 16.000 24.000 500.000 20.000 welche startrampen zu level 1 level 3 da müssen wir noch forschen für die 2 prozent fast 150 oder 135.000 punkte lohnt sich zwei punkte die 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 Wir haben doch... Achso, Gebäude hat sich jetzt glaube ich erhöht. Ne, ist ja noch ein Umbau. So, 20.000... 1.600 Kilo. Hallo? Willst du denn damit noch machen? Aber, es ist schon billig. So. 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 einstellen, Stufe 1, Stufe 1, Stufe 1, halten, feiern, ich lasse einen Moment noch, Datensammler und der Ingenieur, der Sassenautenwurf zum Trainingsbonus für Unterstützungsmissionen um 100% erhöhen, ok anspruchsvolle Mission bei 93% sollte Jabo eigentlich klappen schade, positives Event wäre gut gewesen 70% Herausforderung, minus, plus, 2 Inch Mission plus 10 sehr schön Gesamtfortschritt 2% jetzt so, wir können, gibt es da was neues, nein, hier müssen wir noch immer erforschen, ne, schade an eh говорю ich glaube könnte gehen 45.000 so fertig Anfragen. Sonnenwindüberwachung ist beides 1%. 532. Aber hier gibt es ein bisschen mehr Unterstützung. Oh, 1420. In einem Jahr gesammelt. Das ist nicht schlecht. 147 Kilo. Wieso Level 5? Wieso nur... Da müssen wir noch drauf warten. Kompensat-Forschung komplett. Sehr schön. Skylab. Eine orbitale Raumstation, die in der Lage ist, mehrere Besatzungsmittel zu überherbergen, die mit einer breiten Palette wissenschaftliche Instrumente ausgestattet ist. Maßexpektise 2%. Diese Deadline ist vorbei. Wie gesagt, habe ich immer noch nicht ganz raus, was das ist. Unser Missionsbetriebsteam glaubt, dass die Ausbildung für diese Mission von besonderem Nutzen sein wird. Aber die Eignung der bevorstehenden Startfenster wurde neu bewertet. Die Boni für das Missionszentrum steigen um 100%. Boah. Optimale und suboptimale Startfenster werden umgekehrt. Was? Das heißt, in suboptimalen ist jetzt bessere Startverhältnisse. Optimale und suboptimale Startverhältnisse. Optimale und suboptimale Startverhältnisse. Umgekehrt. So. Wie gesagt, ist das jetzt hier besser zu starten oder hier? 52%. 72%. 72%. Die Apollo ist fertiggestellt. Wieder einmal. Da. Die Apollo ist fertiggestellt. Die Apollo ist fertiggestellt. Nee, immer noch? Ach, die große Startrampe. echt jetzt meine presse heran ja mhm borschung gebäude ist das so ein die große stadtrampe ja das heißt müssen hier erst mal machen so wir sind bei 76 prozent staatsverlässigkeit dann denke ich mal starten wir ich begrüße dich übrigens schön dass du meinen kleinen stream gefunden hast so machen wir es selber oder guck mal ob wir den bonus schaffen 2 und 2 bzw 4 und 3 vergabesignal ach wir haben wir mit drift ja super und direkt fehlgeschlagen ja wir widerstehen gut das hat geklappt das heißt die ziele das ziel haben wir schon mal geschafft wir brauchen einer strom und dann dann gucken wir mal datei übertragung auch hier wollte mich doch echt veräppeln ziele erfüllt letzte runde wir bräuchte noch eine kommunikation wir brauchen erstmal strom und gucken wir mal hier mit der rückgabe ach ne wir brauchen noch einen hier für die bonus können wir gar nicht bekommen wegen dem strom das bedeutet wir laden beide mal auf äh Wutzlatspräzession haben wir freigeschaltet so 188 zuspruch bekommen und die nächsten zwei monate lang 326 wissenschaft dazu das heißt jeden monat moment 536 naja gut das sind dann wenigstens schon mal 1070 wir haben gar keine neue mission gestartet kommerzieller satellit so das bringt geld und erfahrung so könnte man sich aber trotzdem sind sind ja das ist ja 1965 noch da flug hilfsantriebssystem upgrade gute wissenschaft gut ja das ist doch eine schöne mission 40 prozent 40 prozent 30 und 30 da kann man dreimal mit hochnehmen experimentelle nutzlast plus 25 prozent wissenschaftsbelohnung für missionserfolg okay in vier monaten ist die gemini fest fertiggestellt und in fünf monaten dann die commsat lieblingsprojekt ein auf dienste zur feier des lebens spezialisiertes unternehmen ist an deine agentur herangetreten mit der bitte deine bevorstehenden kommerziellen satellit eine kleine zusätzliche nutzlast aus haustierasche beizufügen falls angenommen zahlt das unternehmen 500.000 deine berater haben jedoch davor gewarnt dass die öffentlichkeit möglicherweise negativ auf dem ziel reagieren wir haben 2,5 millionen wir nehmen es trotzdem an du hast das angebot angenommen die nachricht über das abkommen wurde in einigen teilen der medien kritisiert wobei ein kolumnist beklagte dass die raumfahrt einst das beste menschliche bestreben war jetzt bemüht sie sich schnelles geld zu verdienen ja stimmt 200 unterstützung verloren minus 12 so dass der langfristige flug geminiert minus 25 prozent baukosten da brauchen wir nach 3800 also dich es passt das geld sparen wir uns auch noch ein auftrag nehmen auswählen bestätigen oder kommersatz ist jetzt fertig geschnitten sehr schön da schwebt da dahin unsere energie euro sind sich über die leistung der startpunkt kompletten unsicher haben jedoch die unschätzbaren daten über die zweite stufe hervorgehoben die gewonnen werden sollte fahrzeug über stufe verdient drei erfahrungslevel nach dem start so 3600 kilo 4000 38 die ist auch billiger booster bringt aber ein punkt zwei punkte bringen das kostet 200.000 20 prozentige chance auf positives event während des starts wir brauchen langsam geld wir brauchen langsam wieder geld die forschung ist behindert sehr gut dann können wir jetzt die große stadtrampe angehen das dauert jetzt allerdings fünf prozent nutzlast zuverlässigkeit sehr gut mit besatzung der ingenieur ein datensammler rein aber noch ein stufe 2 problemlöser stufe 1 ingenieur stufe 2 kommunikations test pilot stufe 2 ok einstellen test pilot 1 können wir feuern test pilot 2 rein gut das wäre zwar 25 prozent hier nur 5 prozent aber es dauert mir eigentlich zu lange da jetzt starten unseren ersten kommerziellen satelliten dann wird es mal mit start start zuverlässigkeit hier dürfen wir gar nicht starten dann gehen wir in den dezember rein also das gebäude für die fahrzeugmontage boah ist das groß 1,5 millionen und bringt nirgendwo aber da können wir nicht brauchen mal heben, bewegen ein prozent staatsverlässigkeit das ist dahin da können wir das nicht platzieren ist zu teuer ach scheiß das umsetzen hat jetzt echt gekostet ja gut dann müssen wir es verschieben sollte eigentlich gut gehen so dass man es nicht in den tippen und dann die tippen und dann die tippen die tippen Oh, kann ja eigentlich fast gar nichts schief gehen. Aber was heißt mir schon, kann eigentlich fast gar nichts schief gehen. Doch, habe ich gesagt, gerade mal 18% oder sowas. So, die Agena ist jetzt auch auf hoch, Level 5, 69%, 22%, löst ihr das mal selber. Ich denke mal, das sollten sie geschafft haben. Und das sollte uns auch einen guten Schub Richtung, ähm, jawohl. Hilfantrieb haben wir dazu bekommen jetzt. Und jetzt vier Monate lang fast 1000 dazu. Sehr schön. Da sieht man es, 1200 jetzt pro Monat. Ja, das bringt uns gut voran. Das heißt, wir werden mit dem Bonus allein die große Startrampe abschließen. Da gibt es keine Anfragen, Moment. Das macht uns die Chinesen wieder ein bisschen freundlicher zu uns. Das bringt uns Wissenschaft, Unterstützung und auch wieder Mars-Erfahrung. Dann nehmen wir auch die Mission an. Missionen, kommerzielle Satellit. Ach, bereit zum Start. Ach, waren beide Missionen in diesem Monat? Ich glaube, wir haben das verbesserte Leitsystem drin. Und, und? Ah, Leckenstoff. Negativ. Nutzlastschaden. 10% Nutzlastzuverlässigkeit für die Dauer deiner Mission. Äh, der Mission. Sammle Navigation. Sammle Navigation. Okay. Das ist alles. Ähm, wir brauchen erst mal zweimal. Zweimal. Dann können wir hier probieren. Ach ja, Gefahr doch. Och, die einfachsten Sachen. Wir haben einfach nur jedes Mal geklappt. Dann klappen jetzt nicht mehr. Das kann es doch nicht sein. Das sieht doch schon besser aus. Ja, wir haben die ersten vier von zehn. Und die zweiten vier von zehn. Aufladen, aufladen, dann probieren wir einfach hier. Wenn das nicht klappt, um uns neue Kommunikationsressourcen. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ach so. Minus 20. Ich wollte gerade sagen, wieso ist die Mission noch nicht abgeschlossen? Letzte Runde. Ähm, erstmal aufladen. Dann bräuchten wir zweimal noch hier. Wir können aber nur einmal. Haha, wir können es gar nicht schaffen. So eins. Sechzehn. Und jetzt müssten wir aufladen. Aufladen, aufladen. Einmal. Wir können auf 16. Und dann fehlt uns die Ressourcen. Ja, können wir nicht mehr schaffen. Dann laden wir das Ding nur auf. Oder beenden direkt. Ist du dir sicher, dass du die Aufgabe erfüllen willst? Ja. Nächste Aufgabe. Einsatz von Satellitensystemen. So. So. Nur eins? Meine Fresse. Ah, wir brauchen vier vier. Alles klar. So. Moment. Moment. Hmm. So. So. Mm. Ah, ne, ne. Ein scheiß Prozent gefehlt. Na, geht doch langsam. Ja, genau. Warum brauchen wir auch noch einen zweiten Strom? Aufladen, aufladen, ähm, damit würden wir jetzt drei machen und einen verbrauchen. Das heißt, wir mussten dann, na, ja, um wieder zurückzugehen. Ja, komm, 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 90. Ja, wunderbar. Ja, genau doch. Oh, was passiert denn da? Ähm. U2 gibt das, wenn wir den nicht wiederherstellen. Letzte Runde. Strom haben noch zwei. Tun wir einen. Das, damit hätten wir die Ziele zumindest geschafft. Scherft. Oh, ha 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 ha. Moment, momine. Na ja. Oh, man is also in die Ziele zumindest gesessen. Ja. Oh. Wenn die Ziele pasitos mit dem Ziele ist. Ja. 6 Na, das geht nicht. Okay. Moment. Wollen wir nicht aufladen? Überprüfen. Was hatte ich gerade gesagt? Hier. Ach, dann nehme ich ja hier die Öffnung. So. Wenn alles gut geht, schaffen wir es. Nein, da sind wir da, einen drunter. Sehe ich gerade. Ist gerade ein D-Lock dazu. Ja, wie gesagt, wenn alles gut geht, schaffen wir auch die Zusatzbelohnung. Ja, wunderbar. Das hat schon mal nicht hingehauen. Aber wir waren nämlich bei neun insgesamt. Das hieße, wir müssten jetzt auf acht kommen. Bei einer Frage abgezogen worden. Ach, leck mich. Leck mich. Leck mich. Da ist ja bereits Strom überhaupt. Da ist ja bereits Strom überhaupt. Da haben wir zwei. Starten. Na, na, na. Da hat er den Betragung überfordert. Hat dieser aber Fehlkosten zusätzlich. Ein. Achso. Wenn wir den jetzt. Wenn wir jetzt annehmen, zieht er hier einen ab. Dann wären wir bei sieben. Okay, dann stellen wir doch wieder her. Haben wir zum Glück den Einstrom da noch. Und damit haben wir beide die Ziele erreicht. Und jetzt haben wir auch geschafft. Zwar als Fünfter. Aber immerhin. 4,375 Millionen. Eingenommen. Die Erfahrung sind wir jetzt bei zehn. Und im Gesamt bei drei. Wunderbar. So. Ähm. Neue Missionen brauchen wir, ne? Meilensteine. Die sind alle erreicht. Ära 3 sind noch gesperrt. Es ist nur noch der Satellitenbildung gegangen. Aber da müssen wir noch die Geosphäre erforschen. Also bleibt uns nur hier. Der Lebenserhaltungstest. Plan einsehen. Na, alles klar. Den sind wir schon dran. Raumspaziergangsmanövriereinheit. Jawohl. 2%. Sehr schön. Raumspaziergangsmanövriereinheit. So. Mal gucken. Wie sieht es denn hier aus? 7%, 7%, schon 4%, 7%. Das sieht nicht gerade so gut aus für uns. Diplomatie. Mit den Amis sind immer dicke. Chinesen sind wir eigentlich gerade dabei, die wieder zumindest ein bisschen positiv zu bringen. Sind zwar neutral, aber Tendenz negativ. Mit den Japanern haben wir schon lange keine, wie heißt es, Missionen mehr machen können. So, die große Startrampe ist erforscht. Wunderbar. Aufgrund der Komplexität der Stärkenfunktion glauben unsere Ingenieur, dass die Auslagerung des Fahrzeugbaus die Stärke und Schwäche des Auftragnehmers vergrößern wird. 1800. 1800. 1800. Ups. Okay. Können. Wir haben nur einen Punkt. können sie sich in der rps bietet eine zusätzliche rollensteuerung für eine verbesserte markierkündigkeit wodurch das risiko einer kritischen startversammt verringert wird ist klar wir können übrigens nur einen upgrade reintun okay ich dachte wenn man mehrere hat kann man auch mehr reintun so wie viel geld aber auch genug große start ist die groß dauert ein jahr um zu bauen jetzt lasst baukosten geringer hier gibt es keine vorteile kurschule eine mobile startplattform startbahn für raumflugzeuge und im älteren mobilen als auch als flugzeug in der atmosphäre die was sie für eine raumfahrt wird zu einem enorm wiederverwendbaren vermögenswert macht wasserschallunterdrückung bei der wasserschallunterdrückung auf wasser verbindet um den lärm zu dämpfen der beim start von motoren erzeugt wirken diese probation des fahrzeugs beschädigen könnte das gehen wir erst noch mal fahrzeuge jetzt bauen wir ja die großstadt 16.000 24.000 3.000 9.000 so sehr schön 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2900 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 So, wir haben jetzt alles dran. Atlasforschung 3 komplett. Eine leistungsstarke Schwertflüssigtreibstoffakete, die in der Lage ist, große Satelliten in eine Geosphäre umlaufbaren, um weiter hoch hinaus zu bringen. Das sieht doch eigentlich aus wie ein Schattel. 6 Festbrandstoffbooster, die an einer Trägerrakete angebracht werden sollen, um zusätzlichen Schub zu erzeugen. Machen wir das Skylab weiter. 50% Startzuverlässigkeitsstrafe für suboptionale Startfenster. Also Minus, okay. Erhöht Häufigkeit von suboptionalen Startfenstern. Super. Moment. Nutzlastzuverlässigkeit. Zeit. Das ist ein Wettbewerb. startfähig gebäude für fahrzeug montag ist fertig sehr schön die boni für das missionstraining steigen 100 prozent hier das höre ich doch gerne datensammler und den elektriker japan hat marsländer beendet als erster plus minus 0 genau recht die große startrampe ist gebaut das heißt wir können als nächstes man zum mond schicken ja wohl makellose aufstieg plus zehn prozent nutzlast zuverlässigkeit für die dauerne messer das ist und Sehr schön. So, bei den Chinesen haben wir jetzt ein bisschen... Oh, im Gesamt haben wir aber... Das wird schön aufgeholt. Oh, Skylabs ist aber arschteuer. Was? Ah ja, genau. Moment. Die müssen wir jetzt langsam auch mal machen. Was? Was? Fangen? Was? 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 Wir haben nur einen Punkt. Haha, kein Geld dafür. Dann müssen wir erstmal sparen. Das sollte eigentlich Geld bringen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, ich habe noch ein bisschen mehr. Ups. Sehr schön. 850. Wunderbar. Zusatzmissionen auch erfüllt. 6%. Wir holen auf. Die Chinesen haben wir mittlerweile überholt. Sehr schön. 2,3 Millionen. Oh, das bringt Geld. Und die Chinesen wieder. Anspruchsvoll. Start eines privat entworfenen Erdbeobachtungssatelliten, der Bilder für den kommerziellen Verkauf aufnehmen soll. Die Erreichung der Wissenschaft im Stil dieser Mission wird eine besondere Herausforderung darstellen, aber der Erfolg wird viel höher belohnt werden. 2,3 Millionen. Oh. Oh. Knapp vorbei ist auch vorbei. Kompensatfertigstellung. Knapp. 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 90. Nope. Liga. Die ist billiger. Die ist billiger. Aber noch Level Null. Die auch Level Null. Ja, aber die einzige, die tragen kann. Die NASA hat Raumstation behandelt. Was fliegt die denn gerade dahinter? Ah, Minus. Okay. Okay. Was kostet eigentlich gerade 8000? Stand da nicht jemand von 2000? Nein! Ach, dieser scheiß einen Prozent da. 70% Erfolg. Mission ist auf jeden Fall geschafft. Sechs Missionen. Jawohl. Demand Dämonenlandung. Okay. Jetzt kommen wir da endlich schon. So. Oh. Oh. So. Oh. 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 So. So. Die sind teurer, 1,8 Millionen, 140.000 Euro, deutlich teurer, 700.000, könnten wir aber auf Level 2 dann schon mal bringen, 2,7 Millionen, aber gar nicht mehr Geld für. Das ist schon Level 5. Dann machen wir die Billigvariante. FDO verfügbar. Ein qualifizierter Flugdynamikoffizier ist jetzt verfügbar geworden. 65.000. Du hast den Flug so eingestellt. Antelope Starkzufälligkeit erhöht um 20% auf 93%. Sehr schön, sehr schön. 86%. 66%. Zwei Monate bis zum Start. Die ist noch im Bau. Die sind noch im Bau. Das ist noch im Bau. Oh, kann es nicht 2% weitergehen? Jawohl, Bonus erhalten, Money, 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 Mars Slender beendet, achso, Raumstation, Moment, acht, mein vorgeschlagenen Missionsfahrzeuge, haha, den brauchen wir ja das noch. Das ist ein Upgrade, Verwendung von Buntstoffwerken für Raketenmotoren. Das sind die Gesamtbaukosten von 10%. So, ich werde meine Raumstation abbrechen. Das ist auch ein Bündchen, das ist ein Bündchen, der jetzt verdient. ... 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 die den Menschen auf den Mond bringen werden, hoffe ich mal. Und, und, ja, geschafft. Ein sicherer Start. Projekt Apollo, freigeschaltet. So, sammel fünf, na, Kommunikation, fünf Navigation und fünf Schub. So, wir haben sieben, alles klar, Moment. Einmal das, einmal das. Schub haben wir noch nicht. Wo haben wir denn Schub? Da. Das ist ja heil. Nur hier kriegst du Schub. Müssen wir den auch noch machen. Okay. Flugbahnkontrolle hat nicht klappt. Zwei Prozent für. Zwei Prozent für. Signal Lämpfungstest. Ja, komm, 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 komm. 90. 91 Prozent. Sehr gut. Vier Schub haben wir. So, ähm, wir brauchen noch... Und dann. Ich hab' eigentlich flugbahnoptimierung, probieren. Flugbahnkontrolle nochmal. Wir haben hier bei 9 und 4 und dann den Schub noch mal. Das hat schon geblatt, sehr schön. Schubbankkontrolle auch. Jawohl. Kontrollierte Verbrennung hat ebenfalls geklappt. Das heißt die Kommunikation müssen wir noch erreichen, um die Ziele zu schaffen. Zwei Runden haben wir noch. Vier Strom noch. Damit wären wir auf 13 und 3 gerade mal. Moment. Die haben wir ja alles. Hier müssen wir noch dran. Dann wären wir auch bei 10. Dann wären wir bei 4. Wenn die drei Versuche klappen, dann haben wir einen Schub noch zu wenig für die Bonus Ziele. Und? Boah. Hm. Das war gerade noch geschafft. Gut. Wir müssen jetzt nur einen Schub machen. Aufgabe abgeschlossen. Ach so. Ach so. Weil er den Schub nicht mehr machen brauchte. Ach ja. Alles klar. So. Dann. wir müssen jetzt die Erdumlaufbahn erreichen. Und es wird die Mondumlaufbahn erreichen. 8, 3, 8. 7 Schub machen wir. Aber wir brauchen alles. Das. Können wir am besten einmal das. Das wären 4, 4, 2. So. Boah. Da sind wir ja voll drüber dann. Wir brauchen ja nur 5. Wir brauchen ja nur 5. Okay. Könnten wir eigentlich das probieren. Versager. Schon besser. Sehr schön. So. Drei Runden noch. Hier haben wir knapp die Hälfte. Hier müssen wir noch einiges antun. 5 Strom noch. So. Da wären wir dann bei 8. Damit hätten wir das Missionsziel auf jeden Fall schon mal geschafft. 12. Wie viel Strom haben wir dann noch. Okay. Wir brauchen dann. He he. So. Dann wären wir bei 12. 12. Drei. So. Das klappt dann. Wenn die funktionieren. Wenn. Das wird schon mal nicht mehr. Ja. Oh. Hönger. So. Wir brauchen noch 3. 3. 3. 3. Überall von 3. Okay. So. Damit hätten wir jetzt alles abgeschlossen. Wenn die drei funktionieren. Und dann die drei funktionieren. Guck euch das an. Guck euch das an. Ja. Sehr gut. Jawoll! Abgeschossen! Nächste Aufgabe, Mondabstieg durchführen. So, 8, 5, 5, alles klar, und wieder Drifter beibeachten. Damit... Probier mal das Ganze nochmal so. Das sieht schon gut aus. Die Datenmenge haben wir schon mal geschafft. Navigation müssten wir auch haben. Sehr gut. So, 15 brauchen wir noch mehr. Dann werden wir beide drüber. Dann haben wir 8. Dann müssen wir jetzt hier nochmal gegensteuern. Gehen steuern. Hier gut runter. 10. Was wäre das? Hier... 1. 2. 1. 2. 2. 2. 3. So, zwei Runden noch haben wir. Hier brauchen wir noch zwei. Das wird schwer. So, 16, 10, 10. Damit hätten wir das Bonusziel auch erreicht. Wenn denn alles funktioniert. Ich habe keinen Strom mehr. Ich habe keinen Strom mehr. Sonst hätten wir es herstellen können. Damit hätten wir dann auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen jetzt aufladen. 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 Dann können wir hier einmal ab Link versuchen. Ja, toll. Schade. Moment, zwei. Ha! Haben wir doch geschafft. wir sind ebenfalls auf dem mars und da hinterlassen wir unsere flussabdrücke die es ist auch da spät aber sie ist angekommen und nächstes dort mit dem kommandum also 1 mund landung abgeschlossen und abstieg durchführen und abstieg durch das meine mit abstieg mit dem kommandum 5, 9, 10, 18 ok überhaupt kein schla- jungen 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 2, 2, 1 RT-19 weiter weiter jawoll über ´90 sehr schön dann wieder 1 AUTSON auf dass ja was war so klar jetzt aber wenigstens gab es die ressourcen die wir benötigen ja dann machen wir doch mal hier weiter 14 hier gleich so die daten haben wir dieses bonus belohnung sehr schön sehr schön einmal aufladen dann ja mal genug von wenn wenn man schon mal bis auf drei dran was klappt ja wohl was wird noch mal mit dem teufel zu gehen wenn wir das nicht schaffen zwei stück fehlen uns zwei stück da sind sie da müssten sie sein ist das eine mission die nimmt überhaupt kein ende kontrolliert er wieder einreisen durchführen die sache die nimmt ja überhaupt kein ende so sechs und zehn beziehungsweise zwölf und zwanzig was alles klar wir müssen erstmal reduzieren es war den hier und den hier und den Moment, Moment. Als erstes brauchen wir. Da. Erstmal die Hitze runterbringen. Glück! Das fehlt jetzt noch. Bis jetzt noch was schliefen geht. So. Alles. Halt unter 4. 4 ist hier. Okay. Alles. Dann hier. Jetzt brauchen wir. So. Yes. Jawoll. So. 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 Gut. 2 Runden noch. 2 Runden noch. Mal gucken. damit haben wir die missionsziele momentan zumindest schon mal geschafft ja wunderbar so jetzt brauchen wir noch fünf und einen nicht mehr schaffen Die Rewe darf, das will ja rein, ne. Nichts mehr schaffbar. Schade. Unsere erste Mondkapsel ist gelandet. Jepa. Meilenstein. Jawoll. Als Fünfter zwar, aber ja. Sechs Monate lang. 871 plus. Jawoll. Ein kleiner Schritt und Dienstgang. So, wir sind jetzt bei 7%. So. Aber mittlerweile ist es halb 4.08. Ich muss heute noch mal arbeiten. Ich denke mal, das war ein wunderschöner Abschluss für diese Folge. Für diesen Stream. Ich bedanke mich bei allen, die hier zugeschaut haben. Oder die es nachträglich auf YouTube schauen. Ich wünsche euch alles Gute und sage wie immer Arrivederci, winke, winke und goodbye. Euer, dein Ebenkopf. Ach ne, das kannst du hier auch gucken. Alles klar. Ich wollte aber da hin. So. Speichern. Reden live. Und wie gesagt, damit bin ich dann weg. Bye, bye.